Willkommen zurück und damit weiter gesprungen. Er ist online, Totenländer, auch wenn das hier gerade eher ferngrabt ist. Da muss ich ja... Was macht der Beobachter da oben eigentlich? Egal. Wir wollen mit einem Typen namens Drava am Drom reden. Seines Zeichens anscheinend der Experte für diverse Einteilung von Dingen. Ich muss mal kurz rausfinden, wo der ist. Er ist in der örtlichen Magiergilde. Wer hätte das denn gedacht? Es gibt hier eine örtliche Magiergilde. Warte, aber komme ich von der Magiergilde nach... Wie auch immer der Ort hieß? Warte, wir kriegen das raus. Äh, Matteo? Nee, ich hatte hier oben. Wie hieß die zwischen? Ach nee, es war ja tatsächlich eine physische Insel, ne? Die Magiergilde. Wo war die Magiergilde? Ich hab alles vergessen. Ähm, die Magiergilde hatte doch... Ihre Gildenhand lag doch auch in so einem Taschenreich, oder nicht? Ach nein, ich spiel's auch keine Rolle. Wie eben auch sei, es gibt hier anscheinend eine Magiergilde. Mich würde jetzt vor allen Dingen interessieren, ob ich mit der... Ach, warte, wo sind denn die Zeichen? Schade, dass es wirklich nur zwei Stockwissen ist. Ich mein, ein bisschen unnötig ist es, aber es kommt halt immer noch nicht an Abbas wach dran, ne? Das war halt wirklich das Maximum angehen heute. Ach so, ist das wieder so eine Gemeinschaftskilde? Ah ja. Hier noch mit Reinfallers. Ich will nicht zu kurz angebunden sein. Es ist nur so, dass ich heute sehr beschäftigt bin. Wenn ihr also nicht mit mir sprechen müsst, dann geht bitte einfach weg. Aber ich bin neugierig, warum hast du ein Monokel? Berechnungen in erster Linie. Es sind ein paar drin Markenaugen verschwunden. Es ist leichter, Arnds Veranders davon zu überzeugen, dass etwas fehlt, wenn ich ihm zeige, wo die Zahlen nicht stimmen. Ähm, und das macht sie bei jeder Lieferung? Das kommt häufiger vor, als ihr denkt. Ich sollte mich eigentlich nur um die Finanzen der Saratuton kümmern. Doch wenn man für eine Gruppe arbeitet, die Gegenstände zwischen den Ebenen befördert, hängen diese Finanzen an den Gütern. Fehlende Güter bedeuten fehlendes Gold. Aber sie hat auch dieses Metallzeug an, was halt so wie sehr so aussieht, wie dieses ornamentierte Zeug, was die in Markkart immer alle herbei hatten, die Wildlinge da, die Regmann. Die hatten, also nachdem sie in die Silbervorräte geplündert hatten. Äh, stellt sich auch die Frage, wie sicher ist eigentlich so Teleportationsmöglichkeit? Kann man das so wie mit Warhammer 40k Warpreisen vergleichen, dass durchaus mal ein bisschen was verloren gehen könnte, oder auf einmal komische Dinge passieren, oder vielleicht mehr hast sogar? Na gut, und was machst du, wenn sie verschwinden? Genau das, was ich gerade tue. Dann bringe ich die Beweise zu den Anführern der Tong und lasse sie das regeln. Es ist üblicherweise keine große Sache. Meistens verschwinden die Güter, weil Zirpa vor dem Übertragungszauber einen zu viel gehoben hat. Da gibt es für eine Abenteurerin nicht viel zu tun. Äh, okay, gut. Also, es verschwinden tatsächlich Sachen beim Teleportieren. Hätten wir das auch geklärt? Ulvena Daren? Wenn ihr mit mir sprechen wollt, braucht ihr einen Termin. Ja, ja, voll dein Schulterpolster, ist ja gut. Wahres Dreh dann. Äh, warte mal, von denen hab ich doch gerade gehört. Ist das ja Chefforscher, oder nicht? Es gibt so viele faszinierende Themen, über die man hier in Ferngrab etwas erfahren kann. Ich hoffe nur, es bleibt genug Zeit, um alles zu untersuchen, woran ich interessiert bin. Als Dunkel-Elfischer Magier kann ich dir hier wärmstens an David Für weiterreichen. Der kann dir erklären, wie man Zeit rausholt. Also Bücher scheinen hier nicht besonders groß. Äh, Achtung zu schenken. Lysera Harthing. Wie heißt sie, Nies Valalno? Entschuldigt, aber ich habe gerade wirklich keine Zeit. Ich spähe nach magischen Gegenständen im Kark. Es gibt ein paar starke Spuren, glaube ich. Reden diese NPCs irgendwie doch mal questbasiert mit mir? Das klingt halt irgendwie gerade so, als würden sie zum Beispiel für das Suchenzeug zuständig. Wer da am See drehen? Das sind ganz schön viele Leute, mit denen man hier zumindest kurz reden kann, ne? Ihr seid hoffentlich nicht hier, um nach einem Gegenmittel zu fragen. Die sind mir fürs Erste ausgegangen. Wenn ihr wegen eines Gifts hier seid, seid ihr mutiger, als ihr ausseht. Wer ist er denn jetzt wieder? Er ist ein Vergifter? Manche Leute wollen andere Leute vergiften und manche Leute wollen nicht mehr vergiftet sein. Meine Lehrer meinten immer, dass ein guter Vergifter seine eigene Arbeit stets ungeschehen machen können sollte. Außerdem mache ich so das doppelte Geschäft. Das Problem ist bloß an den meisten Giften, dass die nicht so funktionieren, weil die halt permanente Schäden machen. Also alles so mit Schwermetall. Nichts so gut. Strahlung. Nichts so gut. Okay, Strahlung ist streng genommen kein Gift. So ein Polonium. Egal. Aber auf jeden Fall, das sind so die klassischen Nervengifte aus der Phosphor-Reihe. Ja, die Nervenschäden sind schon recht permanent, nicht wahr? Na gut, was da regt sich jemand auf, wenn er die Leute hat, die eigentlich vergiftet sind wollen? Also das ist das ja Adressengepflikt und so, ne? So eine Zaffa kommt die ganze Zeit vor. Ich habe meine eigenen Gegengifte schon so oft eingenommen, dass ich freiwillig mit einem Koch zusammenarbeite, um den Geschmack zu verbessern. Meinen Kunden gefällt das wirklich. Ich versuche aber, immer in Hörweite einer der Tongwachen zu bleiben. Das erleichtert einiges. Ja, er scheint also viele Freunde zu haben. Wo kommt er denn zu? Wie viel wächst hier wirklich? In der Regel klappt das durch Handeln oder Tauschen. Raina Fallas stellt mir auch ein Budget zur Verfügung, das ich für meine Ware nutzen kann, was sehr hilfreich ist. Oh, und wenn wahres Dredein an einem neuen Vorhaben arbeitet, stehen die Chancen immer gut, dass man mich als Hilfe hinzuzieht. Seine Experimente laufen gern aus dem Ruder. Wir können ja nicht Experimente aus dem Ruder laufen, dass man Gift dafür brankt. Na gut, das macht den Angell ja nicht viel aus, ne? Kein Stück? Wahres ist ein schräger Geselle, aber er hat mich dazu angetrieben, so viele neue Gegengifte zu entwickeln. Lavagold, Dargonsdrossel, Miralis und das sind nur die Jüngsten. An manchen Tagen bin ich fest davon überzeugt, die schönste Arbeit in der ganzen Tong machen zu dürfen. Irgendwie wird hier ganz schön viel rumgezaubert im Raum, dafür, dass hier weit und breit niemand ist. Ob das so wieder mal relevant wird. Das ist da vorne bestimmt der Teleport-Magie, oder? Ne, das ist das ja einfach nur ein Magus. Sagt nichts, während ich über die Feinheiten des Universums sinniere. Wir gehen davon aus, dass sich alle Ebenen so formen und auch so funktionieren wie unsere eigene. Doch dies ist ein Trugschluss. Es könnte im Reich des Vergessens rechteckige Ebenen geben. Ihr seid immer noch hier. Erwerbt rasch euren verzauberten Gegenstand und brecht auf. Was haben denn die eigentlich anzubieten? Na ja, trinke. Oder mal, ich kann wieder reparieren. Das ist ja doch nochmal ganz interessant. So, vielen Dank und dafür. Ihr könnt auch ein Buch lesen, das freut bestimmt Miri. Heißblütig, argonisch, mach mal, Band 1. Ah ja, betrupft ihren Schwanz. Ne, Balzschwanz ist hier dabei. Na gut, ähm, schön. Haben wir die auch mal gelesen. Aber ich glaube, ich werde sie nicht vorlesen. Prächtige Bühne. Ne, und reden wir noch mit den anderen Lustigen. Mit die habe ich schon geredet? Entschuldigt, aber ich habe gerade wirklich keine Zeit. Ich schwelle. Ja, okay, ne, mit der hatte ich schon geredet, in der Tat. Noch wen? Na gut, reden wir noch mal kurz. Ihnen erfahren schon jetzt, was ist mit dem, was soll ich umbringen? Den Entschaffer. Ach, ich muss den sogar töten. Oh, eine neue Abenteurerin im Haus der Tong. Was kann ich für euch tun? Na gut, äh, Wabeli hat mich angehört, um den Entschaffer zu töten. Und auch das... Okay, ich kann das nicht sneaken. Fällt mir gerade so auf, weil ich die Questbeschreibung natürlich nicht richtig gelesen habe. Weil ich muss die vier trotzdem töten. Ja gut, äh, ja, ich soll den Entschaffer töten. Äh, easy bestimmt. Äh, kannst du was dazu erzählen? Wunderbar. Als meine Warenlieferung verzögert wurde, war ich mir nicht sicher, was ich nun tun sollte. Die Daedra in Ferngrabrümpfen gehörig die Nase, wenn sie ihre Waren an Sterbliche verkaufen sollen. Wenn Wabeli keinen willigen Abenteurer hätte finden können, hätte ich mich hilfesuchend an die Spolianten wenden müssen. Ja gut, das... Naja. Gut, ja, ähm, ja, irgendwelche Ratschläge für den Entschaffer. Ich bin nie selbst gegen die Bestie angetreten, doch die Xivilei, die das getan haben, meinten, man solle sich nicht von ihm berühren lassen. Das könnte aber auch ein Scherz gewesen sein. Der beste Ratschlag, der mir einfallen will, unterschätzt dieses Ding nicht. Es ist ein furchterregender Halunke. Ja, ist klar. Okay, gut, dann machen wir es auf. Dann kann es ja nur noch gut werden. Übrigens auch sehr praktisch, dass er die Bücher schweben lässt und gleichzeitig beleuchtet. Das ist bestimmt sehr, sehr praktisch. Ich habe hier auch noch ein Buch. Die Banden der Bruchgasse. Oh. Das hatte ich doch schon gelesen, oder? Also es kommt mir gerade so vor, als hätte ich das irgendwie schon gelesen. Egal. Ähm. Man kann mit Punkt und Komma, glaube ich, Frame by Frame vorwärts gehen. Also wenn ihr unbedingt Bock habt, da wäre es gewesen. Obwohl ich irgendwie nicht davon ausgehe, dass irgendjemand Bücher in uns... Ach, er schläft gleich. Ich dachte gerade, er wäre da tot. Habe ich gerade schon gefragt, wer zu erledigen jetzt umgebracht hat. Und wie das funktioniert hat. Gut, dann überlebe ich das? War locker. Okay, gut. So, gut, hier. Dann gucken wir mal, wo müssen wir denn da hin? Wir müssen aber schon wieder hier und da. Ne, da war das natürlich wieder Ewigkeiten weg. Na gut, dann reiten wir da mal schnell hin. Ist ja alles zum Glück überhaupt kein Problem. Wir gucken mal, ob genug andere Spieler da sind. Wenn ich das aber besser alleine machen muss, dann ist das natürlich direkt gestorben. Reiten wir los! Ja, genau, Miri. Ich finde, die müssen Miri nicht eigentlich total fasziniert von diesem Ort sein? Weil sie hat ja immer gesagt, dass sie... Dass sie sich mit diesen Sachen auseinandersetzen können. Ich meine, wir sind jetzt regelmäßig in den Toten landen. Einfach weil das... Der Platz der Portale... Aber rein Lore-technisch führt der Platz der Portale doch eigentlich auch in andere Reiche, oder? Also, wenn sie jetzt hier... Wenn sie sich jetzt ausdenken, dass sie jetzt hier vielleicht auch irgendwie die... Wie ist denn die? Zwielicht... Zwielicht? Ne. Was kann man... Ich vergesse schon, wie wir die ganzen Dates noch ähnlichen. Oh, sie hat eine Quest. Okay, das ist jetzt ein Geist. Da fangen wir bestimmt, was man mit diesen Geistern auf sich hat. Ich bin sehr gespannt, aber nicht jetzt. Eine Quest nach der anderen. Und vor allen Dingen haben wir noch mit David Hürn ein Date. Das möchte ich auf jeden Fall auch noch annehmen. Aber eins nach dem anderen. Äh, ja. Das, äh... Miri wollte doch so viel über die Datera fahren. Jetzt ja noch rumzureiten. Ne, aber wie hieß denn diese anderen? Die eine hatte doch das properfarbene Zimmer. Ne, wie hieß denn das? Das ist von Meridia. Die hat das auch so einen dummen Namen mit irgendwas irgendwo. Ich meine, das ist von... Cheogorath heißt halt die Zitter in Inseln. Das ist irgendwie allgemein bekannt. Vielleicht wird das in der Oblivion DLC so hieß. Oder Adon, whatever. Äh, wir kennen natürlich Kalthafen. Weil die meinten ja, dass die Portale führen überall woanders hin. Kanto Reihe des Monddiebes. Oh. Wir haben hier lustigen Dings. Nein. Sieht mir, sieht mir, gibt es hier draußen noch ein paar Quests. Das freut mich schon. Ein bisschen Zeit werden wir hier noch verbringen können. Ah, das ist das bunte Zimmer. Das Regenbogenfarbene Zimmer. Wie hieß denn das verdammte von... Hat Asura eigentlich ein eigenes Reich? Wahrscheinlich. Ich hab den Namen vergessen. Die hatten ja alle irgendwie... Also auf jeden Fall müsstest du theoretisch in den anderen Reich auch können. Azurblau? Wahrscheinlich ist das Azurblau irgendwas das von... Das von Dingens. So, okay, gut. Ähm. Wo ist denn der Herr Schaffer? Der ist recht tot. Okay, gut. Ich sammle in der Roma die Rüstung ein. Vielleicht taucht der ein lustiger Schaffer auf, während ich das einsacke. Das ist ungefähr... Was? Über Infernien? Ähm. Das birgt ein gewisses Risiko, dieses Buch zu lesen. Aber ich sammle erstmal die Rüstung ein. Da haben wir es. Das ist dann entscheidend der ein Schaffer. Oder noch eine Instanz. Das sieht tatsächlich sehr... Experimentell aus. Die tituschen Fürsten verbringen also täglich Zeit darauf, sich irgendwelche lustigen... Dinge auszudenken. Also neue Viecher? Was sind denn die Dremura? Irgendwie so eine erfolgreiche Reihe, wo sich dachten, ja, das ist ein großes Konzept. Das ist dann... Das ist so ein humanoides Dingspump. Das ist voll geil. Das machen wir jetzt öfter. Aber... Bei Gelingenheit lassen wir es noch was Neues. Was ist denn dieses Klett hier? Vor allem die haben die aus Metall, oder? So wie die glitzern. Hä? Also wie die Spiele hier rumstehen, auf ein paar warten hier und sammeln halt nichts ein. Dann würde ich mal vermuten, dass die... ...tatsächlich schon ein bisschen länger hier sind. Na gut. Äh, ich lese nochmal das Buch über Infernien durch. Ich werde hier unter Umständen abbrechen müssen, wenn hier auf einmal der große Kampf losgeht. Aber das ist ja alles gar kein Problem. Also, über Infernien. Aus den Aufzeichnungen von Pelagius Harbour, leitender Dädrologe der Kaiserstadt. Dädrologen beschwören nur selten Dädra. Hauptsächlich, weil die meisten von uns keinerlei brauchbares magisches Talent haben. Jene Magier, die tapfer oder törig genug sind, Wesen aus dem Reich des Vergessens nach Nirn einzuladen, konzentrieren sich in der Regel auf humanoide Dädra wie Sivillai oder Dremoror oder tierähnliche Kreaturen wie Klamans oder Deathlord. Diese Konzentration auf 10 bis 15 Morphotypen macht viele Zauberer leider blind für das wahre Ausmaß der Bewohner dieses Reiches. Zahllose Wesen durchstreifen die Ebenen des Reichs des Vergessens, manche kleinen wie Frischfliegen, andere erheblich größer. Nehmen wir beispielsweise das Infernium. Laut eines angesehenen Dremoror-Diplomaten können Sterbliche den wahren Namen der Kreatur nicht aussprechen, da man dazu eine Tonlage verwendet, die zu tief für unsere Ohren ist. Die Kreatur erberagt die meisten Dädra sowohl in Größe als auch in Abscheulichkeit. Sie ähneln einen gewaltigen, zahnbewährten Egel oder eine monströse Raupe. Erst er kann problemlos Tiere so groß wie Pferde verschlingen und es scheint ihm schlichtweg egal, was genau er da frisst. Dies sollte zwar mehr als ausreichen, um die meisten Leute abzuschrecken, aber doch mehr verstört mich persönlich seine für uns nicht nachvollziehbaren Beweggründe. Wie alle Dädra, die Dagon dienen, scheint das Infernium besessen von Chaos und Revolution, aber anders als die anderen tierischen Dädra, verfolgt er dieses Ziel nicht in einem groben allgemeinen Sinn. Er scheint genau zu wissen, wo politische und kulturelle Macht ruht und er stellt sich mit abschreckender Ergebnisse auf die Probe. Ranghohe Dremoror werden regelmäßig Opfer von Infermium-Angriffen, deutlich häufiger als rangniedrige Nichtsnutze, die weniger gut geschützt werden. Infernien verschlingen außerdem mächtigen Gegenstände wie große Seelensteine, Meisterluminiten und wertvolle extraplanare Relikte. Und wo auch immer Potenzial oder Prestige oder Autorität zu finden sind, kann man sich sicher sein, dass ein Infermium mit eifrig klappernden Mandibeln in der Nähe lauert. Dies wirft allerlei ontologische Fragen über die Existenz von Macht auf, etwa, dass wir Sterblichen seit jeher als abstraktes Konzept betrachten. Wir müssen die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass im Reich des Vergessens abstrakte Macht als quantifizierbare materielle Energie existiert könnte, die man aufspüren, messen und vielleicht sogar in physischer Form sammeln kann. Zu meinen Lebzeiten werden wir die Wahrheit nicht erfahren, aber ich vertraue darauf, dass zukünftige Dedralogen dieses Mysterium einmalig enthöhnen werden. Was? Einmalig enthöhnen werden? Was ist denn das für eine Formelung? Naja, Judy. Eigentlich interessant, dass die Dedralogen, also die Fachleute für Dedra, direkt sagen, sie haben immer ging nicht viel für einen Hut. Und das ist halt... Ich sehe das halt immer so ein bisschen wie Unsichtbare Universität von Pratchett mäßig an. Finde ich dir der grauen Schal. Ich müsste die auch haben. Dass die halt... Dass du halt erst Magier bist und danach wirst du halt Dedralogen oder irgendwie so ein Quatsch. Weil du kannst es halt und dann überlegst du dir halt, naja, dann beschäftige ich mich halt vor allem mit Dedra. Und deswegen geht das ja auch so gerne in Schiff, weil die Leute, die sich halt dann beschäftigen, halt tatsächlich Magie können, aber vielleicht nicht so cool sind, wie sie denken, dass sie sind. Und das dann eher so mittelmäßig läuft. Oder sie sich komplett reinlegen lassen. Na gut, ich warte hier mal kurz ab, bis der komische Entschaffer wieder da ist und dann sehen wir uns gleich wieder, sobald der Bursche steht und wir ihn umhauen. Dann werden wir das hier auch erfolgreich über die Bühne gebracht haben. Vor allen Dingen, weil ich da oben schon das nächste Vieh sehe, ne? Das kommt bloß nicht runter. Das ist so eine Frechheit. Oh. Wo ich das gerade so sagte, ging es gerade los. Äh, schön. Gut, das ist der große Gruppenkampf... Oh, guck mal, da kommt es runtergekrabbelt. Oh. Oh, cool. Oh, das ist ja... Was ist denn mit Fleischbraten? Ich bin dagegen. Mir fällt übrigens gerade jetzt ein, dass es ein Liebling hätte, ihre Backfood zu essen. Weil das ist bestimmt mal gut. Wie, was? Wie ist sie tot? What? Oh. What? Äh. So wild. Entschafferin des Entschaffers. What? Äh, warum waren das jetzt so behindert schnell tot? Aber hey, ich kann jetzt die Verstandsspalterschlinge erspähen. Das ist doch cool, oder? Ich laufe mal da hinten zum Wegpunkt, dann habe ich den schon weg. Das spart mir hinter der Zeit. Ähm. Ich habe... Gut, dass ich einmal drauf geschossen habe, weil ich habe irgendwie gerade kurz nicht gerafft. Was ist das hier noch? Hm? Befehl des Hauptlaufs, du hast höher? Na gut. Äh. Also ich habe kurz nicht aufgepasst. Und auf einmal ist das viel tot, oder was? Also wahrscheinlich hat das keine Phasen gehabt, wie das andere Tier, die wir neulich gelegt haben da. Wo dann halt der Teil kurz und verhundbar ist nur Ads legen musste, dort dann länger. Weil ohne Ads, da können wahrscheinlich jetzt alle einmal Damage drauf gemacht, dann war es down. Wahrscheinlich auch alle nur, um ihre Nebenquests zu erfüllen. Na gut, das war jetzt hier so ein bisschen antiklimatisch. Also... Warte mal, nein, 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 nein. Ich habe gerade... Ich habe mich jetzt gerade beinahe für Gate teleportiert. Das wäre ja schlimm gewesen. Niemand möchte Gate für Teleport ausgeben, besonders wenn man direkt neben so einem Stand steht. Na gut, das war auf jeden Fall der Entschaffer. Äh. Und unser erster, wahrscheinlich letzter Auftrag für die Saratutong. Wäre auch schön, ne? Wir geben das Ding mal kurz nochmal ab. Gucken wir mal, was die gute Frau noch dazu zu sagen hat. Ist ja jetzt ganz so gestört zu gewesen. Also wir können ja noch mal das Loot noch angucken, für die Beratung auszahlen. Doll wird es nicht sein. Nein, es ist immer noch ein Daily Quest. Aber wahrscheinlich gibt es ganz gute Erfahrungspunkte, ne? Also noch ungefähr 100 Daily Quest. Jetzt weiß ich, wer die ganze Zeit hier singt. Oh. Okay. Da sage ich bestimmt gleich noch was zu. Wir müssen ja einfach... So, hallo. Ihr seht gar nicht so mitgenommen aus. Daraus schließe ich, der Auftrag lief gut. Ja, es waren zum Glück einige Leute da. Dadurch, dass es ja kein objektiver Gruppendang ist als Instanz, ist es ja doch recht chillig eigentlich. Ja, ja. Ich habe den Entschaffer... Also ich habe zugesehen, wer getötet wurde und habe Zeug mitgebracht. Ihr habt es geschafft, den Entschaffer zu töten? Das ist beeindruckend. Ihr habt mir etwas Lästiges vom Hals geschafft. Alle in der Tong arbeiten fleißig daran, die eigenen Fähigkeiten zu verfeinern. Ravam wird mir danken, dass ich seine Pause unterbreche. Hier, nehmt dies. Ihr habt es verdient. 414 Gold. Schon mehr als 300? Noch was. Geht weiter, Mietling. Heute gibt es keine Arbeit mehr von der Tong und mir jucken die Narben. Ich habe euch nichts Freundliches zu sagen. Ja, ja. Monsterjägerin von Tod. So, wofür habe ich jetzt das zweite Archiv in die kriegt, weil ich jetzt alle Dinge einmal gemacht habe, oder was? Oder wofür war das jetzt gut? Das schließt eine tägliche Aufgabe gegen Anführer in der offenen Welt für... Achso, ja gut. Das geht also immer gegen diese Anführer in der offenen Welt. Na gut, denn sind die Gruppen missionär eigentlich total easy, solange hier liegen noch Leute rumrennen, ne? Das schließt eine tägliche Aufgabe für eine Borelle im Ferngrab ab. Okay. Schön. Hier, die gucken wir noch kurz das Loot an und dann haben wir es dann auch geschafft, ne? Was haben wir denn hier schön? Die haben eine Haube der Grausamkeit-Kühn. Kühnandantin? Ist eine Kühnandantin sowas wie eine Kommandantin? Nur eine Kühne? Panzerschule der Grausamkeit. Ich müsste vielleicht mal gucken, was die können. Aber ich bin eigentlich mit meiner Akte hinaus immer noch zufrieden, weil dieses komische Vampir-Set tut eigentlich immer noch sein. War Magier-Parasitzwings. Tut zumindest für mich die terministische Sachen, die irgendwie vorhersehbar sind. Weil das ist nicht terministisch. Und das reicht eigentlich ganz gut. Na gut, dann war das das. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir mit David Für reden. Mal gucken, was der so schöne zu sagen hat.